Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Minigames. Heute wird es eine etwas kürzere Folge sein, weil ich durch oder wegen Zeitprobleme keine Zeit habe eine lange Folge aufzunehmen. Deswegen müsst ihr euch leider mit einer kleinen Heidensiegfolge beglücken oder befriedigen, wie man es auch nennt. Und ich hoffe, die Folge wird euch gefallen. Ich spiele es jetzt einfach spontan, wenn mir wirklich nichts anderes einfällt und ich bin ein Ofen. Toll, super hier auf der Map. Gehe ich mal irgendwo in Verstecksuchung? Hier ist es wirklich richtig beschissen. Ich hasse die Map. Könnte mir eigentlich auch ein Blumenthof sein. Das wäre voll chillig gewesen hier. Ich habe keine Ahnung. Da weh, ne? Wo ist eigentlich der Sieg Koff? Äh, der Heil... Äh, der Sieg Koff, ja? Ich seh den nicht, komisch, er schreibt Run Piston, oder vielleicht ist das gar nicht. Wo ist der Seeker, es sind schon 4 Seeker, ich gehe jetzt einfach mal auf Seekerjagd, das mache ich genau, ist hier irgendwie draußen versteckt oder? Das war gerade echt knapp, ich hätte den bekommen. Wer ist der? Bolladu. Ich hab da erst mal Dado gelesen, aber so ist es gut, wenn jetzt die den getötet haben. Ich überlebe ich nicht. Jetzt muss ich wegrennen, weil er hat mich im Visier. Ich bin nicht hier durch, weil ich will raus. Ich will raus. Psst. Fuck, doch hier. Nein, mein Kinn juckt. Ich kann mich jetzt aber nicht kratzen. Nein. Jetzt kurz. Jetzt. So. Ah, ruckelt. Das war gerade ein scheiß Versteck. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da hingestellt habe. Ja, das heißt wohl rennen, die ganze Zeit. Ich möchte nicht. Nein, ich bin gleich tot. Ist eigentlich das für Schweine, Auto für Tiere immer auf der Welt mit Namen. Das kapiere ich nicht so ganz. Sind es die ersten Seeker oder der Schneider? Fuck. Okay, jetzt bin ich Seeker. Hm. Wer ist mein Kollege? Lusien 078. Mal sehen, wie viel ich finde. Mal schauen. Ich kenne halt die ganzen Verstecke. Es gibt ja so spezielle Verstecke auf jeder Web. Ich kenne die halt auch auf der Web gar nicht. Geht es eigentlich nicht irgendwie rein oder so? Ich habe echt keine Ahnung, wo die sich alle verstecken könnten. Wenn ich hier irgendwo was fliege. Äh, ach. Egal. Hier ist keiner. Ach, das kommt jetzt scheiß Geräusch. Von der würde wahrscheinlich auch keiner sein. Doch. Da war sogar einer. Stehen. Tot. Okay. Zehn Tokens. Ich habe mich gerade nochmal an der Nase gekratzt. So. Keiner. Ja. Dann hier. Ja, hier kann man sich nicht verstecken. Hm. Was kann man hier alles für Blöcke sein? Ich möchte hier fragen, aber es wäre ein bisschen blöd. Okay. Oder wer hat gewonnen? Dann. Und es endet. Der Heide ist ja vor. Schade. Also, dann war es das mit der kleinen Runde. Und ich hoffe, die hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas zu verbessern habt, schreibt es in die Kommentare. Ein Like wäre nett. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ein Abo. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. посмотрим, ein leaveIVEON! Genau!